Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hab da so einen Kratzen im Hals. Dann nehmen Sie diese Lutschtabletten, die lindern. Außer natürlich, Sie wollen ganz sicher gehen, dass es nicht doch was Schlimmeres ist. Da würden wir zur Sicherheit einen Ultraschall im Hals machen. Mit einem ganz neuen, hochmodernen Gerät. Kosten müssen Sie selber tragen. Und käme dann 150 Euro. 150 Euro? Ist das denn notwendig? Ich würd's machen, aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur der Facharzt für genau so was. Ah, na gut. Und Sie haben ein bisschen Schnupfen, ne? Bei dieser Untersuchung können wir auch gleich die Nase röntgen. Mit einem neuen Spezialgerät, auch eine Selbstzahlerleistung, 100 Euro. Aber dann machen wir ein Super-Kombi-Angebot zusammen mit dem Hals. Schnäppchen! Und nur heute ein 3D-Modell Ihrer Zunge zum halben Preis. Bei Halsschmerzen sehr empfehlenswert. Meine Assistentin zeigt Ihnen das mal. Wow! Unglaublich, oder? Und dazu bekommen Sie noch eine Prostata-Untersuchung zum Sonderpreis. Denken Sie an Ihre Gesundheit. Nein! Ich, ich, ich will diese ganzen Igelleistungen nicht. Ich hab nicht danach gefragt und ich will sie auch nicht bezahlen. Verdammt noch mal! Na, Panikattacke mit aggressiven Schüben? Kommen Sie mal mit. In solchen Fällen empfehlen wir ein Monitoring. Auch eine kleine individuelle Gesundheitsleistung. Günstige 199 Euro. Keine Sorge, ich bin Arzt. War das jetzt bei Ihnen Bader mit Karte? War das jetzt bei Ihnen Bader mit.